Mein Name ist Boris. Ich spiele beim 1. FC Frisco. Das sind meine Top 3 Mitspieler. Mein erster Lieblingsmitspieler ist auch vom 1. FC Frisco. Das ist mein Cousin Kwame. Der ist mein Lieblingsmitspieler aufgrund dessen, weil er eine gute Übersicht hat und immer die Pässe in die Schnittstelle spielt, damit ich dann schnell vor das Tor komme und entweder selbst abschließen kann oder Vorlagen gebe. Nummer 2 ist Barry Hammerschmidt. Der ist auch feindschnell. Er hat in der ersten Saison auch viele, viele wichtige Tore geschossen. Er ist technisch auch stark. Manchmal verwirrt, aber stark. Meine Nummer 3 ist Simon, der Kapitän von Frisco gewesen ist und auch ein sehr wichtiger Spieler ist, auf jeden Fall immer Kampf betont. Er hat auch immer bis zum Ende gekämpft, nie aufgegeben. Und aufgrund dessen haben wir auch viele Spiele immer wieder erfolgreich bestritten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn wir sehen uns beim nächsten Mal.